Hallo, lieber Hartmut, lieber Herr Professor Diesenbacher. Wir kennen uns jetzt seit 25 Jahren. Du bist Professor für Soziologie und hast dich zu verschiedenen Themen geäußert weltweit, unter anderem auch zum Thema Bevölkerungsforschung, Bevölkerungswachstum, Bevölkerungsentwicklung. Eines deiner ganz großen Themen. Dazu hast du vor ziemlich genau 20 Jahren ein Buch veröffentlicht mit dem Namen Kriege der Zukunft. Das ist beim Hansa Verlag erschienen, einem sehr renommierten Verlag in Deutschland. Und du hast damit eine Diskussion ausgelöst im deutschsprachigen und auch im internationalen Raum zum Thema Bevölkerungsentwicklung oder Forschung dazu, welche Rolle spielt Bevölkerung. Und es ist mir ein Traum und ein langes Bedürfnis, mit dir mal über dieses Thema ein Gespräch zu führen, um es auch anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und seit ich dich kennengelernt habe, haben wir über das Thema gesprochen vor 25 Jahren. Und ich denke sehr oft an dich und sehr oft an diese Modelle und Gedanken. Und es hilft mir jeden Tag, die Zusammenhänge in der Weltpolitik immer besser zu verstehen. Insofern freue ich mich riesig über diese Chance heute, auf die ich seit Jahren gewartet habe. Und danke dir herzlich dafür, dass wir das heute machen dürfen. Okay, die Freude ist ganz auf meiner Seite, Uwe, nach so vielen Jahren. Schön, dann legen wir los. Ich würde gerne mal beginnen mit der Frage, lieber Hartmut, wie bist du zu dem Thema Bevölkerungsforschung gekommen? 1984, nach einigen Vorarbeiten, ließ Kanzleramtsminister Schäuble anfragen, ob ich eine Expertise machen könne über die demografische Entwicklung Deutschlands. Ich sagte ja. Schwanzläufig stieß ich natürlich auf das Problem, das heute jeder kennt. Und die Spatzen pfeifen es heute von den Dächern. Nämlich, dass immer mehr Menschen alt werden und immer älter werden und die gewährfähigen Frauen und säugungsfähigen Männer immer weniger Kinder bekommen. Das kann à la longue nicht gut gehen, wenn sehr viele Menschen ein hohes Alter erreichen und keine Kinder nachwachsen in der dritten Generation, die dann irgendwann die Renten verdienen sollen. Dieses Thema war damals bekannt in der Bundesrepublik. Nicht so deutlich, aber unter Kennern verfiel man natürlich auf den naheliegenden Gedanken mehr aus konservativen nationalen Kreisen. Nämlich der deutschen Frau nun mehr Kinder abzupressen, als diese freiwillig zu geben bereit ist. Das ist nicht jedermanns Sache. Vor allen Dingen muss man die Frauen dafür gewinnen. Und es lag ein anderes Modell auf der offenen Hand. Wir haben auf der Welt so viele Kinder, die überzählig sind, die hungern, die sterben müssen, die missbraucht werden. Kinderarbeit und ähnliches in vielen Teilen, vor allen Dingen der dritten und der sogenannten vierten Welt, sodass man es auf eine etwas saloppe, populistische Formel bringen könnte für unser Gespräch. Auch damals durfte man schon sagen, der türkische Junge wird für deutsche Großmutter die Rente verdienen. Also kurz, es ging um die Frage, wenn die Sozialversicherungssysteme nicht zu finanzieren sind, dann müssen wir Arbeitskraft importieren, wo sie überflüssig ist und wo sie auch gar nicht wirklich gebraucht wird. Das wiederum war nicht jedermanns Sache, weil man sich nicht vorstellen konnte, wie die Integration passieren kann. Das ist ja auch richtig. Als man damals nicht bereit war, sich der Frage zu stellen, ob man über ein Einwanderungsgesetz im strikt nationalen Interesse so viele Arbeitskräfte hineinlässt, dass es zum Vorteil des eigenen Landes ist, wenn man diesem Vorschlag nicht folgen wollte, musste man damit rechnen, dass die vielen Kinder, die in ihren eigenen Ländern keine Zukunft sehen, sich dort nicht wohlfühlen und entweder vor Ort Kriege führen oder, wenn ihnen das zu gefährlich erscheint, sich auf die Flucht zu machen in andere Länder. Das ist ein heute nachvollziehbarer Gedanke mit der Flüchtlingsthematik und der großen Migrationsdebatte, die wir haben. Mein Vorschlag war deshalb, wenn ihr die überzähligen Menschen aus den Ländern nicht zu uns hereinlasst, wohldosiert hereinlassen wollt, dann müsst ihr damit rechnen, dass sie in ihren eigenen Ländern sich nicht wohlfühlen und irgendetwas tun, was ihnen nicht gefällt. Deshalb solltet ihr dann wenigstens ihnen helfen, dort zu bleiben und unter Umständen ihnen helfen, dass die hohen Geburtenraten reduziert werden. Das wiederum war auch vielen zu gefährlich, weil man an die Ein-Kind-Politik in China dachte. Deshalb habe ich dann den Vorschlag gemacht, in einem großen Artikel, wie durch die Einführung von Altersversicherungssystemen in Europa, als erstem europäischen Land in Deutschland, es gelang, Zahl der Kinder zu reduzieren, weil man sie nicht mehr als Altersversicherer in diesem Umfang gebrauchte. Das leuchtete vielen ein und es gab auf meinen Vorschlag hin im Deutschen Bundestag eine koalitionsübergreifende Beschlussvorlage zwischen allen Parteien, doch so etwas zu überlegen und ein 5-Millionen-Programm in die Welt zu setzen. Ich wurde dann in den Entwicklungspolitischen Ausschuss des Deutschen Bundestages eingeladen und habe diesen Vorschlag gemacht, der auch so weit akzeptiert wurde, als es um die Einführung einer Altersversicherung in Entwicklungsländern ging. Aber die Begründung, dass man damit die Geburtenraten senken könne, das wurde nicht akzeptiert. Ich erinnere, wie der Vorsitzende dieses Ausschusses, ein Mediziner der SPD, harsch aufforderte, doch mit meinen demografischen und statistischen Spielereien aufzuhören, es gehe darum, 800 Millionen hungernde Kinder zu füttern. Worauf ich sagte, ja, Herr Doktor, sowieso, ich will seinen Namen nicht nennen, ich stimme Ihnen zu, aber wir müssen damit rechnen, dass in 25 Jahren wir nicht mehr 800 Millionen, sondern 1,6 Milliarden hungernde Kinder haben. Ach, Sie mit Ihren statistischen Spielereien. Das hat mich seinerzeit sehr geärgert und ich habe mich dann entschlossen, meinen ganzen Forschungsaufwand auf die Frage zu konzentrieren, was passiert in den Ländern, in denen offensichtlich überzählige Menschen sind, das heißt, so viele Kinder in die Welt gesetzt werden, dass das Bevölkerungswachstum wesentlich schneller voranschreitet als das ökonomische Wachstum. Und diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Größen, die habe ich mir vorgenommen zu untersuchen und stieß dabei auf einen Satz aus dem berüchtigten Leviathan von Thomas Hobbes, der dort schreibt, und ist die ganze Erde von Bewohnern überfüllt. Dann bleibt als letztes Mittel der Krieg, der für jedermann Sieg oder Tod bereithält. Mit diesem Satz im Kopf wollte ich nun die wissenschaftliche Arbeit beginnen, als plötzlich am Fernsehgerät abends die Nachricht kam, die mich wie vor den Kopf schlug, aus Ruanda, dass dort ein Krieg ausgebrochen sei und man täglich mit zunehmenden Toten rechnete. Ich habe dann diesen Krieg dokumentiert, noch aus der Ferne, eine Analyse vorgelegt mit der eben dargelegten These bis ins Detail hinein. Und das wurde aufgegriffen. Der Spiegel hat gedruckt, andere Zeitschriften haben gedruckt. Und man fand das einen interessanten Ansatz, um sich kriegerische Ereignisse nun mal durch das Mikroskop eines kleinen Landes mit 7,5 Millionen Einwohnern vorstellen zu können. Ich bin dann nach Ruanda gereist. Ich habe mich dort einquartiert. Ich habe Gespräche geführt mit Opfern, mit Tätern, mit Überlebenden und habe dann alles zusammengeschrieben in dem von dir erwähnten Buch Kriege der Zukunft, die Bevölkerungsexplosion gefällt den Frieden, indem ich das, was ich in Ruanda gelernt hatte, nun auch auf Kambodscha, nun auch auf andere afrikanische Länder, nun auch auf Pakistan, nun auch auf Indien, auf alle Länder, die ein großes Bevölkerungswachstum haben, nämlich, ich ging immer davon aus, wenn sich eine Bevölkerung innerhalb von, sagen wir, 20, 21 Jahren verdoppelt, bei unserer Geburtenrate in Deutschland gehen wir nur runter über 100 Jahre und die verdoppeln sich innerhalb von 20, 21 Jahren. Was passiert mit einem Land, wenn dieses Bevölkerungswachstum so schnell voranschreitet? Und ich habe alle Länder, die eine hohe Geburtenrate haben, also pro Frau, sagen wir, zwischen 3,8 und sieben Kindern und eine Verdoppelungsrate der nationalen Bevölkerung innerhalb von 20, 21 Jahren, die habe ich alle unter Bürgerkriegs- und Völkermordverdacht gestellt, der dann natürlich durch eine jeweilige konkrete Analyse des Landes so weit abgesichert werden muss, dass man sie in den politischen Beratungsprozess einbringen kann. Das ist zunächst einmal so weit meine Antwort auf deine Frage, wie ich dazu gekommen bin, bis zu diesem Punkt. Wunderbar. Spielt denn in dieser Auseinandersetzung auch der Gaston Boutol eine Rolle, also dieser französische Soziologe, der ja auch zur Kriegsursachenforschung gearbeitet hat? Der ist ja schon sehr früh gestorben, also in den 80er Jahren. Der war ja noch Kind des 19. Jahrhunderts. Hast du dich mit dem auseinandergesetzt? Hat das irgendeine Rolle gespielt für deine Gedanken? Ja, natürlich. Den habe ich dann als, das gilt als der zeitgenössische Initiator des Hauptgedankens, der ungeheuren Opfer der europäischen Kontinentalkriege im 18., 19. Jahrhundert bis ins 20. hinein untersucht hat. Und er meint, dass die dort verheizten jungen Männer nichts anderes als nachgezogene Abtreibungen seien, die man, wenn man sie rechtzeitig verhindert hätte, hätte man nicht über genügend junge Männer verfügt, die in die Armeen ziehen und dann gegeneinander ziehen und Krieg führen und sich töten, gegenseitig töten. Das war sozusagen der Gedanke, den ich aufgriff. Er war dann fortgeführt worden von einem amerikanischen Kollegen, Fuller zunächst. Der hat das auf Sri Lanka untersucht. Goldstone, heute in Shanghai, hat sich auch historisch damit auseinandergesetzt und versucht, dass auch in China und anderen Erdteilen große Kriege infolge einer zu großen Zahl an jungen Männern, die nicht sinnvoll absorbiert werden konnten, in die Verwaltung, in die Arbeitsmärkte der jeweiligen Länder, bereit waren, bei entsprechenden Parolen und Führern in den Krieg zu ziehen. Also insofern ist Butul unter den neuzeitlichen Autoren eigentlich ein Vater oder ein Ideengeber. Ja, man kann sich durchaus, glaube ich, das Mittelalter und auch wie du sagst, 18. bis 19. Jahrhundert durchaus vorstellen, dass diese vielen europäischen Kriege immer wieder mit diesen Situationen zu tun hatten. Aber lenken wir mal unser Interesse jetzt quasi auf die neuere Zeit. Dein Gebiet hast du ja dann irgendwann mal festgelegt, wird ja nach dem Krieg sein, nach dem Zweiten Weltkrieg. Du hast ja den Zweiten Weltkrieg ja selber herausgenommen, sondern ganz bewusst ja gesagt, ich starte mal mit 1945 bis heute. Was hast du denn da rausgefunden? Ja, natürlich. Ich stütze mich bei meinen Argumenten auf die Forschungsergebnisse von zwei großen Forschungsrichtungen. Das ist einmal die Demografie und die andere ist die Kriegsforschung. In Hamburg haben wir eine nach dem Zweiten Weltkrieg durch einen ungarischen Juden gegründetes Institut für Kriegsursachenforschung, das heute eine Mannschaft von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammengesucht hat, die damals, als ich dann nach Ruanda mich ernsthaft entschloss, diesen hopschen Gedanken weiter zu verfolgen, auf die Forschungsergebnisse stieß und die haben festgestellt, dass zwischen 1945 und zwischen 1995, ich glaube 287 offiziell erklärte Kriege auf der Welt geführt worden sind, von denen 80 Prozent Bürgerkriege waren und die meisten, überwiegenden von diesen, wiederum in sogenannten Dritt- oder Viertelweltländern mit den hohen Geburtenraten stattgefunden hatten. Das war für mich ein Anhaltspunkt. Inzwischen gibt es in Heidelberg ein Institut für Konfliktforschung, die ein anderes Raster anlegt, zu wesentlich größeren Zahlen kommt. Also auch kleinere Konflikte zwischen Grenzkonflikte, zwischen verschiedenen Stämmen, die nicht als offiziell mit Kriegserklärung nach den traditionellen, in der traditionellen Terminologie gezählt werden können. Dann kommt man noch zu wesentlich größeren Zahlen. Ich habe damals diese Zahl genommen, habe dann einige, immer von meinem Rwanda ausgehen, dann einige Länder untersucht, näher untersucht, um mir klar zu werden, wenn die Länder überfüllt sind. Und die Frage war immer, wie wollen wir Überfüllung empirisch definieren? Was gehört dazu? Und mein Ausgangspunkt war, wie eben schon ausgeführt, wenn die Diskrepanz, ein Auseinanderklaffen von ökonomischem Wachstum und Bevölkerungswachstum zu groß ist, indem das Bevölkerungswachstum viel schneller voranschreitet als die Ökonomie, dann haben wir einen Ausgangspunkt, der jetzt im Einzelnen zu untersuchen ist, der zumindest gewaltsame Konflikte provozieren wird. Und das ist in der Forschung, sowohl in der Völkermordforschung, die aus den USA kam, später dann von meinem Kollegen Heinz, sondern forciert wurde in Deutschland, bestätigt. Und eben die Hamburger, aber auch die Stockholmer, die Osloer, Kriegsforschungsinstitute, der englische John Keegan, der israelische Martin von Krefeld, von dem der Low-Intensity-Konflikt stammt, also auch die kleinen Stammeskonflikte, die er beobachtet hat. Kurzum, Parallelisierung von Bevölkerungswachstum, das steigt, die Kurven gehen an, und dann habe ich parallelisiert die Bürgerkriegskurven und die Genozidkurven und die laufen zwar, das Bevölkerungswachstum läuft relativ glatt, stellt man das da, aber die Kriegskurven, die gehen dann zackig, das geht so. Aber insgesamt auch ein Anstieg, sodass ein enger Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und Kriegs- und Völkermordhäufigkeit, zumindest mir damals bis heute als eine empirisch tragfähige Hypothese erscheint. Na, das ist eine Formulierung, die ich vorgeschlagen habe, den demografischen Exponenten, womit gesagt sein soll, natürlich, Kriege hat es immer gegeben. Jetzt zu behaupten, dass das Bevölkerungswachstum die Kriege hervorruft, wäre naiv. Die hat es gegeben, solange es Menschen gibt. Und die Historiker werden ja nicht müde, immer wieder nachzuforschen, wo denn die Ursachen dieses Krieges gelegen haben mögen. Heute würde ich sagen, die Kriegsursachen, die es immer schon gegeben hat, die wird es vermutlich heute auch geben. Aber das rapide Wachstum nach dem Zweiten Weltkrieg, das hat es früher nicht gegeben. Also wer das Wachstum der Kriegshäufigkeit, nicht die Kriege selbst, sondern das Wachstum der Kriegshäufigkeit beschreiben wird, der darf die demografischen Hypothese aufgreifen. Und der demografische Exponent sagt nichts anderes, als dass er alle Konflikte verschärft. Also du hast ein Boot, das für 100 Leute ausgelegt ist und das gerät in schwere See, es sind aber 120 drauf. Alle Konflikte, die auch schon bei 100 Leuten da sind, wer das Ruder führt und wer das Wasser verteilt und wer die Kranken versorgt. Aber wenn es jetzt 110 sind und alle sind gefährdet, dass das Boot untergeht, dann ist die Überfüllung dieses Bootes sozusagen die treibende Kraft der Konflikte. Das war mit dem demografischen Exponenten gemeint. Er hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Er ist nicht aufgegriffen worden. Und von daher halte ich ihn heute nach wie vor für einen interessanten analytischen Ansatz. Aber um nicht an anderen vorbeizureden, benutze ich den Begriff zurzeit nur noch in Fachkreisen. Der demografische Exponent. Ich werde ihn jetzt, genau, ich werde ihn heute wieder hier benutzen und bin da sehr dankbar drüber. Jetzt nochmal vielleicht zurück zu dem Erlebnis mit Ruanda. Kannst du nochmal die Geschichte erzählen, wie das in Ruanda vonstatten ging? Also wie, was war vor der Situation, bevor dieser Genozid stattfand? Und warum hat das sich entwickelt? Und wie hat das sich entwickelt? Und wie hast du es dann erlebt? Ruanda hatte eine Geburtenrate von 7,1. In den 50er und 60er Jahren aufsteigen. Allerdings mit enormen Geldern von außerhalb wurde das Land unterstützt. Vor allen Dingen von Frankreich, aber auch von anderen Ländern. Und lange Zeit galt Ruanda als die Schweiz Afrikas. Das gut ausgebaute Straßennetz suchte seinesgleichen in ganz Afrika. Als verschiedene Faktoren eintraten. Nämlich der Kaffeeanbau aufgrund einer Krankheit nicht weiter gedieh, man die Landwirtschaft umstellen musste, an den Hängen der fruchtbare Boden abgespült wurde. Vor allem aber, dass es so viele Kinder gab, dass der Plot an Land, den der Vater zu vererben hatte, sich in drei Generationen von einem stattlichen Stück von etwa 5 Hektar auf einen Fußballplatz vergrößerte, der nicht mehr ausreichte, sich selbst, geschweige denn das Vieh zu ernähren. Einfach Landknappheit, sodass man von den Naturreservaten, die man reserviert hatte für die berühmten Orang-Utan, hat man Land, das man als Naturreservat für die Tiere wollte, wiederum den Menschen zuschlagen müssen, damit sie mehr Land hatten, um sich ernähren zu können. In dieser Situation zogen natürlich alle Kinder, die vom Vater kein Land erbten und sich dort nicht auf dem Lande eine Existenz großlang gefahren haben. Nach Kigali, in die kleine Hauptstadt, die anfangs nach dem Kriege vielleicht 250.000 Jahre alt war, hier versammelten sich junge Männer, junge Frauen und alle warteten darauf, dass sie sich dort ihr Leben einrichten könnten. Was oft natürlich nicht klappte, denn sie waren eigentlich Arbeitslose, die von Gelegenheitsarbeiten sich durchstugen. als Tellerwäscher, als Wasserverkäufer, als Straßenreiniger, als Tankstellengehilfe. Manche gingen zur Universität, andere versuchten es mit Handel, mit Grenzhandel und so weiter. Viele spielt natürlich auch schon mit dem Gedanken auszuwandern, wenn man keine Zukunft hat. In diese Situation hinein spielte der Konflikt, dass im Jahre 1959 unter Anleitung der katholischen weißen Väter aus Frankreich die sogenannten Hutu, das ist die Mehrheit in Uwanda, im Unterschied zu der Minderheit der Tutsi, dass die Hutu gegen die Minderheit der Tutsi, die die Regierungsposten, die Verwaltungsposten, die großen Ländereien, die guten Rinder hatten, einen revolutionären Aufstand zettelten und die Regierenden privilegierten Tutsi, die sie an des Landes verjagten. In der zweiten Generation, dann 1994, als der Krieg ausbrach, haben die Söhne der damals des Landes verjagten und enteigneten Tutsi von Uganda, von Tansania und anderen Ländern aus, das Recht für sich in Anspruch genommen, das Eigentum ihrer Eltern wieder zu erobern und in das Land zurückzugehen, aus dem sie als Kinder und Babys verjagt worden waren. Also der heutige Chef, Paul Kagame, war einer von diesen und ist dann in Uganda unter Museveni sogar zum Verteidigungsminister aufgestiegen, in Amerika ausgebildet und hat dann die Rebellentruppen, die Tutsi-Rebellentruppen angeführt, die jetzt nach Kigali gingen und dort auf die Unzahl auf Arbeit wartender, unzufriedener junger Männer traf und die Tutsi auf seine Seite zog und die Hutu wurden jetzt von der Regierung unter der Habjarimana-Regierung, die lange am Ruder war, wurden jetzt in Jugendlagern zu Killern und zu Räuberbanden ausgebildet, wie man nun das Land von Tutsi ethnisch säubern könne, um endlich eine ethnisch homogene Struktur aufbauen zu können. Und wir wissen, dass der Krieg, der in 100 Tagen 800.000, vielleicht sogar ein bisschen mehr, Todesopfer forderte, dass dieser Krieg 100 Tage dauerte und mit dem Sieg der Tutsi endete. Das ist die kurze Geschichte. Die genauen Belege bitte ich dich, wenn du es wissen möchtest, wirklich in dem Buch nochmal nachzulesen, sonst muss ich jetzt sehr ins Detail gehen. Jedenfalls hat es deine Ideen des demografischen Exponenten ja dann unterstützt. Das heißt, die wirtschaftliche Grundlage für diese vielen Kinder war immer weniger gegeben, weil ja quasi von 5 Hektar bis auf ein Fußballfeld die Landfläche zum Anbauen verkleinert wurde. Und es gab nicht ausreichend wirtschaftliches Wachstum im Handel oder in der Industrie, um da wiederum Lebenschancen zur Gründung einer Familie oder eines Lebens eben zu schaffen. Und das hat quasi in Kombination mit diesem Völkerkonflikt zwischen den Hutu und den Tutsi quasi dann richtig Feuer, also richtig Öl ins Feuer gegossen, sodass dann irgendwann diese Kraft da war, einen solchen Genozid also entstehen zu lassen, der wirklich ganz tragisch ist. Also und ja damals, ich habe das, ich erinnere mich damals dran, das war wirklich ein schreckliches Erlebnis, das als Weltbürger sozusagen miterleben zu müssen und nichts tun zu können. Aber dieser Konflikt hatte sich halt eben auch lange angekündigt. Das war eben nicht ein Konflikt, der quasi aus dem Spontanen stand, sondern der hatte seine Ursachen sozusagen auch wieder in der Geburtenentwicklung. Nein, die Ursachen waren sicherlich, dass die Söhne der verjagten Eltern, die Tutsi-Söhne der verjagten Eltern wieder zurück ins Land wollten. Aber dieses Land war voll. Das war vergeben. Die wollten das Eigentum ihrer Eltern zurückhaben. Und das war von Hutu lange besetzt. Das heißt, das Land hatte sich aufgefüllt mit vielen Kindern, vor allen Dingen jungen, arbeitslosen, zukunftslosen Männern. Und als nun dieser Konflikt, die einen gewaltsam zurück ins Land wollten, aber die Hutu, die an der Regierung waren unter Habirimana, die Herrschaft nicht aus der Hand geben wollten, dann war eine Gesamtsituation geschaffen, um die jungen Männer auf beiden Seiten aufeinander loszuhetzen, damit sie sich gegenseitig, aber auch ihre Familien, ihre Dörfer, ihre Nachbarschaften ausbrennen, ausmorden, niedermachen. Dann läuft massenpsychologisch so ein Land vollkommen aus dem Ruder und ist auch also nur außerordentlich schwer zu befrieden. Auch für die internen Machthaber. Also man, es gab einen Geschichtsprofessor in Kigali, der dann für die Hutu-Mehrheit den Sender Radio Milde Kulin, also der Tausendhügel, leitete und eine Propagandahetze, also eine richtige Ethnifizierungshetze unter den Hutus verbreitete, wie nun die Tutsi zu dezimieren seien. Helft uns, die Gräber sind noch halb leer. Kommt hierhin, kommt dorthin. Also, aber diese Dinge sind aus anderen bekannt und als Deutscher weiß man natürlich über etwa die Macht des Radios sehr genau Bescheid, wie auch der Nationalsozialismus viele Deutsche erreichte durch das Radio, was hier in Ruanda auch der Fall war. Also das, was denn passierte, das ist schon bekannt, wie so etwas abläuft, aber die Grundkonstellation, dabei bleibe ich, ist meine These, war, dass es zu viele junge Männer gab, die in diesem Land keine Zukunft für ihr Leben sahen und deshalb von anderen missbraucht wurden und man Parolen ausgab und die dann sofort auf die geistigen Führer hereinfielen und dahin liefen, was man ja verstehen kann. Da wird ja auch dieser Begriff verwendet, Youth Bulge, also diese Jugendausbuchtung. Das heißt, heißt, dass man quasi eine Gesellschaft, ein Wachstum in einer Gesellschaft darüber ja auch messen kann, eben wie viele Söhne werden geboren, wie viele Kinder werden geboren, also wie hoch ist die Geburtenrate plus wie viel davon sind auch Söhne. Welche Rolle spielt da, ob bei der Kinderhäufigkeit Mädchen und Jungen dabei sind? Also welche Rolle spielt da die Genderfrage? Ich glaube, dass sich das im Laufe der Zeit etwas verschoben hat in den letzten 20 Jahren. Soweit ich das beurteilen konnte in Ruanda und in anderen Ländern haben die Frauen allenfalls im Hintergrund als Marketenderinnen eine Rolle gespielt. Aber inzwischen scheint es so zu sein, wir sehen ja selbst aus Deutschland, wie viele junge Frauen sich auf die Seite des IS geschlagen haben, nach Syrien oder nach Afghanistan gewandert sind und auch in diesen Ländern sind natürlich für den Krieg nach wie vor die Männer an vorderster Front zu finden, aber auch zunehmend Frauen. Finden wir sie dort nicht, dann ist natürlich nach wie vor in den meisten dieser Länder genug Zeit, die drei, vier, fünf, sechs, sieben Kinder in die Welt zu setzen. Männer finden sich immer. Samen gibt es im Überfluss, dass dann die Frauen, die nicht in den Krieg ziehen, eben zu Hause bleiben, Kinder in die Welt setzen, von denen sie nicht wissen, wie sie eine verantwortete Elternschaft wahrnehmen und entwickeln können. Also die zu vielen Frauen sind auf dem Heirats und Geburtenmarkt weitgehend gebunden. Sie gehen nicht an die vorderste Front, obwohl sich das im Lauf von 20 Jahren verschoben hat. Ich habe dieser Frage keine besonders große Forschungstätigkeit gewidmet. Martin von Krefeld hat in einem eigenen Buch Frauen und Krieg genauer nachgegangen. Blicken wir vielleicht mal in die Gegenwart. 2015 kam ja die Flüchtlingskrise in Europa an. Es sind sehr viele Menschen quasi über den Balkan hierher gekommen, teilweise auch über das Mittelmeer. Und wie siehst du denn die Lage dort oder wie hast du dort die Entwicklung gesehen, zum Beispiel in Syrien? Der Krieg Syriens war in seinem auslösen Moment, glaube ich, auch ein Übervölkerungskrieg. In den 50 Jahren zwischen 1950 und 2011, als der Krieg ausbrach, ist die Geburtenrate pro Frau von fast 6,9 1950 60 auf 3,8 zurückgegangen. Allerdings selbst bei zurückgehender Kinderzahl pro Frau wächst die Bevölkerung weiter. Denn jedes Kind, das mehr als ein drittes geboren wird, erst bei zwei Kindern bleibt eine Bevölkerung stabil. Wenn aber jetzt schon vor 10, 20, 30 Jahren 4, 5, 6 Kinder in die Welt gesetzt worden waren, sind deren Nachkommen, selbst wenn es nur noch zwei oder drei Kinder sind, immer noch ein Faktor des Bevölkerungswachstums. Und das war in Syrien der Fall. Der Assad hatte schon im Jahre 2010 einen Hinweis bekommen, dass im Untergrund viele junge Männer in ihrem berühmten Manifest, das man rausgegeben hatte, seitens der jungen Leute im Untergrund, damit rechnen musste, dass sich ein großes Potenzial und Unzufriedenheit unter der Jugend angesammelt hatte und die in Quartieren, sogar in einer säkularisierten Moschee Meetings veranstalteten und als dann im Dezember 2011 sich der tunesische Gemüsehändler Bouazizi öffentlich verbrannte, sprang von dort der Funke der Arabellion zunächst auf Ägypten und dann auch rasch auf Syrien über. Nach meiner Überzeugung gibt Syrien viele Anzeichen eines Übervölkerungskrieges ab, der allerdings im Laufe der Zeit nach dem Prinzip des Divide et Impera unter die Herrschaft regionaler und überregionaler Weltmächte geraten ist. Offenbar ist das Interesse, das Öl Interesse ist, soweit ich sehe, nicht besonders groß, aber das Öltransport Interesse als ein Durchgangs-, als ein Transitland ist für viele Großmächte, aber auch für Arabische, vor allen Dingen für Teheran, Saudi-Arabien interessant. Das ist eine Entwicklung, die man nicht mehr demografisch erklären kann. Da sind regionale und überregionale Weltmacht Interessen im Spiel, um sich dieses zerrissene Land, in dem sich die jungen Männer unentwegt bis heute gegenseitig ausmorden und in verschiedene Fraktionen zerfallen, mit einem Wechsel zwischen den Fraktionen, Je nachdem wer gerade mehr bezahlt, wo man gerade zu Hause ist, wo gerade Beziehungen sind. Ein völlig unüberschaubares Feld, auch für die Experten, wer gegen wen, mit welchen Motiven, mit welchen Waffen und welchen Zielen kämpft. Das ist oft nicht mehr im Einzelnen zu überschauen und die Großmächte, wissen wir, waren bislang nicht in der Lage, die Genfer Friedensgespräche erfolgreich weiterzuführen. Aber im Ursprung bleibe ich auch hierbei, ist es ein Übervölkerungskrieg, der im Januar 2011 ausbrach. Die Zahl ist gewaltig und wenn man sich überlegt, es ist ja ein relativ kleines Wüstenland und die Frage ist, wo finden all die Menschen dort wirklich Arbeit und Lohn, also im Handel oder in der Landwirtschaft oder dann auch in der Industrie und man kann sich vorstellen, dass es natürlich dann sehr knapp wird mit den Ressourcen und ich verstehe jeden Menschen, der sein Leben leben will. Gott sei Dank haben wir diesen Antrieb, aber wenn diese Ressourcen nicht mitwachsen und nicht vorhanden sind, schafft es natürlich so einen Druck im Kessel, der irgendwie sich ausleben muss. Wie ist es denn in Ägypten? Wie nimmst du Ägypten wahr? In Ägypten ist unter der liberalen Bevölkerung, unter den gebildeten Schichten, auch der Männer, durchaus ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Geburtenkontrollprogrammen präsent. Jedermann weiß in Ägypten, wie die überzähligen jungen Kinder, die kein Zuhause, kein Essen, keine Arbeit, keine Zukunft haben, auf den Mülldeponien vor Kairo, im süßlichen Gestank der Mülldeponie es gerade bis ins 13., 14., 15. Lebensjahr schaffen und dann aufgrund von Erkrankungen aufhören müssen. Die Kriegsgefahr kann ich im Moment nicht einschätzen. Ich, es gibt keine schlagkräftige aktuelle Befreiungsarmee in Ägypten und für mich wäre es eher ein Musterland, mit dem man kooperieren sollte, oder zumindest alle diejenigen eine Kooperation suchen sollten, die den Geburtenkontroll Gedanken, der in Ägypten weiterentwickelt ist, als in den meisten anderen afrikanischen Ländern, aufgreift, unterstützt und jede Form der Unterstützung anbietet, die Hilfe, junge Familien in den Zustand der Familienplanung zu setzen, dass sie auch eine verantwortete Elternschaft eingehen können. Mir wurde häufig unterstellt, dass ich ja offensichtlich heimlich an China dächte. Ich habe ja schon anfangs unseres Gesprächs gesagt, dass ich auf die menschenrechtlichen Lösung setze, durch die Einführung von Altersversicherungssystemen vor allem Frauen sagen, wenn ich im Alter eine Unterstützung bekomme, dass ich leben kann, dann muss ich nicht drei, vier, fünf Kinder haben. Selbst die gebildete Frau in Ägypten oder auf den Philippinen oder wo auch immer, die nicht weiß, wie sie sich im Alter ernähren soll, wird nicht wegen einer schönen Parole auf ihre Kinder verzichten. Man muss ihr, wer diesen Frauen die hohe Kinderzahl wegnehmen will, muss ihnen einen Ersatz in Form einer Altersversicherung anbieten, damit sie in die Zukunft gucken können und keine Angst haben müssen, dann in völlige Hilflosigkeit zu geraten, weil sie keine Kinder haben. Das ist ein Problem, das wir heute in China kennen als Folge der Einkind-Politik. Wie betrachtest du den IS-Staat, wie betrachtest du die Flüchtlingskrise, die wir ja nach wie vor noch erleben? Die ist jetzt etwas ausgesetzt, die Leute werden zum Teil schon früher abgefangen in der Türkei oder auch in Flüchtlingslagern, aber es gibt ja wahrscheinlich nach wie vor Menschen, die quasi nach Europa kommen wollen. Wie siehst du das? Wie betrachtest du diese Situation? Also es gibt ein, lass mich, ein systematisches Argument und ein empirisches. Ich will nur mit dem empirischen Argument, du hast es angedeutet bei Syrien, wo es mir nicht mehr ganz präsent war. Also Afrika, wenn Afrika so weiter wächst, wie in den letzten 50 Jahren bis 2050, dann hat sich die Bevölkerung Afrikas zwischen 1950 und 2050, das sind 100 Jahre, um 1000 Prozent vermehrt. Selbst der deutsche Entwicklungsminister weiß, dass in Afrika wöchentlich 5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden müssten, wenn man den demografischen Stress der Arbeitsmärkte abbauen will. Die 24 arabischen Staaten wachsen im selben Zeitraum, wenn die Prognosen nur halbwegs stimmen, zwischen 1950 und 2000 um 700 Prozent. Der New Arab Report von 2016 hat sich der Entwicklung der arabischen Jugend gewidmet und kommt zum Ergebnis, dass über 50 Prozent der nachwachsenden jungen Leute mit Arbeitsplätzen verseucht werden müssten, wenn man sie dem ökonomischen Wachstum anpassen will. Das zur Vermutung, dass wir auch in den kommenden Jahren mit einem Zuwanderungswillen aus den afrikanischen und aus den Araben, nur diese beiden Großregionen genommen, rechnen müssen. Bislang haben wir über Krieg gesprochen und nun fragst du noch nach der Flucht. Vielleicht kann man mal einen Ansatz versuchen, zu sagen, wie verhalten sich Menschen, die eine Zukunft suchen, in einer Situation, in der sie Lebensgefahr spüren, in der sie spüren, dass sie ihr Leben nicht in den Griff bekommen, dass sie keine Zukunft haben. Und wir kennen aus anderen Forschungen dieses berühmte Modell mit den drei Reaktionen, was tun wir, wenn ein Löwe vor uns steht. entweder wir greifen an, das heißt Krieg, oder wir flüchten in der Hoffnung, dass er uns nicht erwischt, dass wir ihm entkommen. Und das dritte ist die Schockstarre. Man sitzt dort, ist starr und weiß nicht, was man tun soll. Und ich vermute, dass all diejenigen jungen Menschen in diesen Ländern, die das Lebensgefühl haben, vor allen Dingen in den großen, rasant wachsenden Städten, wo jährlich also Slumringe sich um die großen Zentren herum anlegen und die landflüchtige Bevölkerung ihre Zukunft sucht, dass in diesen Städten viele sind, die dann absacken, das sind die in der Schockstarre. Sie können sich weder Wege vorstellen, sich mit Gewalt aus dieser Situation zu befreien, noch durch Flucht. Aber die meisten erwägen diese beiden Möglichkeiten und ich vermute, allein evolutionsgeschichtlich, wenn wir an Darwin glauben, ist die Flucht der lebenserhaltendere Weg. Also die Gefahr, bei der Flucht zu sterben, ist weitaus geringer, als die im Krieg zu sterben. Deshalb ist eine Option zwischen diesen beiden unter anthropologischen Gesichtspunkten wahrscheinlich zunächst einmal die Flucht. Also insofern die Zahl der jungen Leute, die flüchten wollen, wird um ein Vielfaches größer sein, als die Zahl der jungen Leute, die bereit sind, die Waffe in die Hand zu nehmen und sich gegen einen lokalen oder einen internationalen, das heißt also vor Ort, gegen die Regierung oder gegen eine konkurrierende Gruppe anzutreten oder sich als Terrorismus nach Berlin, nach Brüssel, nach Paris oder London zu begeben. Das ist ja auch eine Art Flucht. Man flieht und greift gleichzeitig an, indem man dort Schaden anrichtet, wo man vermutet, dass dieses Land an seinem Unglück beteiligt sei, wenn ich sogar sein Unglück hervorgerufen habe. Von daher glaube ich, was die Zukunft angeht, es wird immer die beiden geben. Es wird immer eine kleine Minderheit geben von so und so viel Prozent, das wissen wir nicht so genau, die bereit sind auf Parolen, Freiheitsparolen, Autonomieparolen, Befreiungen, religiöse Autonomie und so weiter, zur Waffe zu greifen und es wird eine größere Zahl gehen, die bereit sind, wie wir gesehen haben, 2016, die dann über die Balkanroute und in den vorigen Jahren über die Mittelmeerrouten zu uns kommen. Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass 70.000 im Jahre 2015, 70.000 junge Männer aus Schwarz Afrika zu Fuß die lange Sahara-Durchquerung gewagt haben, in der Hoffnung, in Marokko über über Ceuta möglicherweise nach Europa zu kommen. Auch die Flüchtlinge auf der Balkanroute, jeder, der das Fernsehen aufmerksam beobachtet, konnte sehen, mit welch einer enormen Energie flüchtende Menschen ausgestattet sind, die offensichtlich ein Ziel haben, sich ein Paradies vorstellen, des Nachts kalte Flüsse durchqueren, mit nassen Kleidern weitergehen, die ihre kleinen Babys und Kleinkinder, wenn sie fragen, Mama, wann sind wir da, sagen, es wird nicht mehr lange dauern und dann wird es gut sein. Also völlig irreale Vorstellungen von Flucht und die amerikanischen Grenzwächter nach Mexiko kolportieren ständig diesen Satz, zeige ich mir einen Zaun, der 10 Meter hoch ist und ich zeige dir eine Leiter, die 11 Meter hoch ist. Das heißt, es gibt immer welche, die bereit sind, die größten Hindernisse zu überwinden, weil sie glauben, über Flucht ihr Leben verbessern zu können. Aber, wie wir sehen, ob das in Mali ist, ob das im Jemen ist, ob das in Afghanistan ist, wo wir hingucken, es wird immer Kriege weitergeben und die Frage ist nur, wie wir die Sicherheitspolitik langfristig für ein ganzes Jahrhundert so justieren, dass man dort helfen kann und ebenso die Migrationspolitik und leider ist es mir nicht gelungen, die damalige Regierung vor der Wahl im September letzten Jahres davon zu überzeugen, dass man für die Sicherheitspolitik und für die Migrationspolitik der kommenden Jahrzehnte Geburtenkontrollprogramme ernsthaft mit in das politische Handeln einbeziehen muss. dieser Gedanke will nirgendwo wirklich greifen und auch in den politischen Eliten, wo man eine Hoffnung haben könnte, sind selbst diejenigen, die die Thematik verstehen, wie etwa der Entwicklungsminister Müller aus Bayern, der weiß sehr genau, wie das mit der Bevölkerung weitergeht, aber ich habe den Eindruck, sie haben ihren Denkapparat und wenn ich diesen dann doch ihre Meinung an die mehrheitsfähige Parteiprogrammatik gekettet und sind nicht in den Kreis aufzunehmen, der Geburtenkontrollprogramme in den Ländern mit den vielen überzähligen Kindern Unterstützung gibt. Ich sehe dort schwarz. Auch die Kirchen machen in der Regel nicht mit, die Frauen, ich will das nicht mehr grundsätzlich sagen, da ist vieles im Schwange, aber sicher ist, ist, dass gegenwärtig auch im Koalitionsvertrag kein Wort zu finden ist, dass die Flüchtlings- und Migrationspolitik der Zukunft und die Sicherheitspolitik der Zukunft auf jeden Fall mit Geburtenkontrollprogrammen, die großzügig unterstützt werden, auszustatten wären. findet man im Moment leider keine Mehrheit. Also ich habe das Gefühl, dass man das Modell, was du erwähnst, also der demografische Exponent, auch diese Zahl 2,1, die du ja manchmal nennst, also wenn man, wenn eine Gesellschaft sich reproduziert, sozusagen mit einem Faktor von 2,1, dann würde sie sich stabil halten können. Also es ist 1,9 oder 1,7 oder 4,2, entweder drüber oder drunter, dann ist es wieder eine Herausforderung, entweder fürs Rentensystem oder eben halt auch wieder für die Wirtschaft, ja also und deshalb ist diese magische Zahl immer wieder die 2,1. Kannst du das ein bisschen mehr erläutern? Naja, das war, wenn die Annahmen richtig sind, die wir jetzt die ganze Zeit erörtern, dann ist natürlich dieses Modell plausibel zu sagen, wir nehmen Länder aus dem Bürgerkriegs und Genozidverdacht heraus, wenn sie eine Geburtenrate haben, die die Bevölkerung stabil halten und die Stabilität sind 2,1 Kinder in Entwicklungsländern, weil dort verschiedene andere Faktoren liegt sie wahrscheinlich ein bisschen höher, die Kindersterblichkeit ist etwas höher, von daher ist denn die sogenannte Nettoreproduktion an der Bevölkerung 2,2 oder noch vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe diese Zahl deshalb genannt, weil sie von der Sache her richtig ist, ob sie politisch durchzusetzen ist und ob man sie in den Ländern realisieren kann, das sind ja alles Fragen, die bei so einer Empfehlung noch unberücksichtigt bleiben, aber es ist in Parallele zu setzen mit dem sogenannten 2,0 Grad Ziel der Klimapolitik, dass wir das Erdklima nicht mehr als 2,0 Grad aufheizen dürfen und alles tun müssen, um das zu halten. Wenn man jetzt überlegt, dass wir bis 2050 noch einmal etwa 2 Milliarden zusätzliche Erdbewohner haben, dann erzeugen die natürlich auch noch einmal so wie es ist, CO2. Das heißt, die CO2-Belastung wird durch die zusätzlichen 2 Milliarden Erdbewohnern in den kommenden nicht mal mehr 40 Jahren ja noch einmal erheblich belastet und ich habe verschiedentlich nachgefragt und die Klima-Experten, die diese 2,0 Grad ausgerechnet haben, konnten mir nicht sagen, ob sie einen Bevölkerungsfaktor in dieses Modell eingesetzt haben oder nicht. Ich bin bis heute ohne Antwort geblieben, habe sie aber auch nicht mehr als aktiver Wissenschaftler an vorderster Front wirklich verfolgt. Ich halte es nach wie vor für sinnvoll, darüber nachzudenken, also eher die Bevölkerung stabil zu halten. Ich habe den Eindruck, dass nicht nur in entwickelten Ländern, sondern auch in den Entwicklungsländern, die Möglichkeit der individuellen Geburtenkontrolle durchaus bekannt ist, auch wenn sie nicht praktiziert wird. Man weiß, dass das geht. Jede Frau weiß mehr oder weniger, dass es eine Pille gibt, kennen Kondome und man kennt viele andere Methoden. Das ist bekannt, das wird auch politisch akzeptiert, aber eine nationale oder sogar regionale Geburtenkontrolle einzuleiten, ist was anderes als eine einzelne Frau sozusagen an die Möglichkeit, die wir haben, nämlich aufgrund der Kenntnisse, die wir besitzen über Geburtenkontrollmöglichkeiten, dass wir die Weltbevölkerung in ihrem Wachstum hemmen, eindämmen um verschiedene Folgen, die wir alle nicht wollen. Wir haben ja nur über den Krieg gesprochen, es gibt ja noch viele andere Folgen, die daraus genauso entstehen. An diese Möglichkeit, an diese Denkmöglichkeit will die Politik im Moment nicht ran. Der wollte sie vor 20 Jahren nicht ran und will sie heute vielleicht zumindest in Deutschland noch weniger. Ich bin nicht mehr auf dem Laufenden, wie das in den anderen europäischen Ländern. Unter Trump sowieso ist es unmöglich. Also alle konservativen Richtungen sind eher auf nationale Lösungen und keine internationalen globalen Lösungen abonniert und bin relativ skeptisch, ob das politisch durchzusetzen ist. Das muss aus der Zivilgesellschaft herauskommen. Was wir dazu tun können, Uwe, weiß ich nicht mehr, außer publizieren oder versuchen unsere Freunde darüber zu informieren. Also ich habe den Eindruck, dass auch im Mittleren Westen in den USA große Herausforderungen sind, weil ganze Regionen dort haben ja auch eine relativ große Düsternis, also wenig Jobs, es gibt eine Verwahrlosung, die Automobilindustrie Amerikas ist ja auch zusammengebrochen. Also das Wählerpotenzial von Trump ist ja auch eher eine abgehängte Bevölkerung und ich war ganz überrascht, als man vor Jahren in Deutschland den Begriff des Prekariats zum ersten Mal veröffentlicht hat, das kommt ja aus dem Lateinischen, heißt übersetzt die Abgehängten oder das Abgehängte und ich habe das Gefühl, auch in Deutschland, in vielen Industriegesellschaften merkt man, es kommt nicht jeder mit mit den Ressourcen, die da sind beziehungsweise mit dem Druck, der in so Gesellschaften existiert. Zum Beispiel in Deutschland gibt es auf der einen Seite Einwanderer, Immigranten, für die wir Raum und Zeit brauchen und Fläche und wir brauchen Grundstücke für die. Wir brauchen Arbeitsraum, also wir brauchen Liebe und Kraft für diese Menschen, gleichzeitig aber fühlen sich viele Menschen hier schon nicht wahrgenommen, nicht genügend wahrgenommen. Sie haben hier mit Ressourcenproblemen zu tun. Die Armreichschere ist vor Jahren bereits schon in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre auseinandergegangen und die Agenda 2010, die er auf der einen Seite wirtschaftlichen Förderungsimpuls setzte, hat auch dazu geführt, dass dieser Impuls noch stärker wurde. Also wir haben auf der einen Seite, wie du sagst, diese Bevölkerungssyndrom, diesen demografischen Exponent und davon gibt es nicht nur eine Kriegsfrage, daraus gibt es ja auch, wie du sagst, eine Umweltfrage, es gibt auch eine Flüchtlingsfrage, aber es gibt auch sowas wie Depressionen, es gibt auch in Ländern jetzt plötzlich so Rechtsrucks, wo man merkt, es gibt einfach, also die Gesellschaft ist in einem Kessel drin, sie ist unter Druck und ich habe das Gefühl, dass die Öffentlichkeit, die Journalisten und die Wirtschaftsleute und auch die Politiker, dass die es nicht so gerne über dieses Thema sprechen. Die Wirtschaftsleute wollen natürlich Ressourcen haben, je mehr Menschen, desto mehr Märkte. Die Wirtschaft sagt ja, mehr Absatzgruppen, wenn ich mehr Menschen habe. Auch die Kriegswirtschaft sagt ja, gibt es mehr Kriege, kann ich mehr Waffen verkaufen. die Kirche sagt, naja, wenn es mehr Moslems gibt, dann tut es uns gut oder wenn es mehr Christen gibt, tut es uns auch gut. Man hat so das Gefühl, irgendwie sind alle von ihren eigenen Interessen halt sehr besetzt und es gibt wenig, wie du sagst, zivilgesellschaftlichen Konsens darüber, dass wir Respekt und Liebe brauchen für die Ressourcen eines jeden Menschen und auch als Respekt vor dem Planet, der auch nur begrenzte Ressourcen hat. Und ich habe das Gefühl, dass du mit deiner Arbeit seit 30 Jahren, dass du einen unglaublich wertvollen Beitrag leistest für die Entwicklung und die Wahrnehmung und das Bewusstsein unserer Gesellschaft und ich möchte halt eben mit unserem Gespräch einfach darauf erstens mal dich würdigen und dir Danke sagen für deinen Einsatz, aber hoffen, dass es der eine oder andere Mensch sieht und daraus vielleicht aus den einzelnen Gedanken Anregungen nimmt, das vielleicht weiterzudenken. Denn ich möchte, wir können natürlich niemandem vorschreiben, was er zu denken hat oder ob er diesen Gedanken annimmt, den wir gerade jetzt hier dargestellt haben, aber wir können anregen, es zu tun und das möchte ich hiermit auch tun. Also ich bin dir für diesen ganzen Beitrag über die Entwicklung von Menschen, von Familien, von Bevölkerung unendlich dankbar. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich kann es gar nicht oft genug sagen. Insofern möchte ich dir erstmal dafür jetzt danken, auch für das Gespräch. Was ist denn jetzt noch in deinem Kopf so als Gedanke? Gibt es etwas, was du noch jetzt so zum Ende unseres Gesprächs noch sagen willst oder anregen willst? Gibt es noch etwas? Ja, ich beobachte, dass ich jetzt jede Meinung interessant finde, die meinem Ansatz entgegenkommt. Ich habe also politisch keine große Hoffnung, aber wenn ich ein Protokoll lese von einem mitgeschnittenen Gespräch mit dem Papst Franziskus, der Vatikan und die katholische Kirche stehen ja nicht gerade in dem Ruf, in Rwanda haben sie es entschieden abgestritten, stehen nicht gerade in dem Ruf, dass die Überbevölkerung schlechte Folgen haben könne, sondern der Kindersegen vermehret euch, steht unter dem Diktum vermehret euch. Aber in einem mitgeschnittenen Gespräch mit Papst Franziskus sagt er, wir haben niemals dafür plädiert, dass die Menschen sich vermehren wie die Kaninchen. Wir waren immer für eine verantwortete Elternschaft. Also dann freue ich mich, dann nehme ich das auch gerne auf, dass dort durchaus das Problem gesehen wird oder jetzt der gerade verstorbene Physiker aus England, Hawking, der sagte, also das Bevölkerungswachstum sei im Übrigen ähnlich wie der neue Generalsekretär der Vereinten Nationen, der den Klimawandel als Bevölkerungswachstum für die größten globalen Herausforderungen hält. Und Hawking sagte auch, es wird eine Katastrophe sein und ich kann nur empfehlen, fangt an, die anderen Planeten zu besiedeln, damit wir unseren entlasten können von den zu vielen Menschen. Ich beobachte, dass ich mich freue, wenn prominente Stimmen, die einen Einblick haben, ähnlich argumentieren oder zumindest zu gewinnen sind, auch dann, wenn das keine politischen Folgen hat. Ich denke, der Gedanke wird sich durchsetzen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir 2050 ungefähr 10 Milliarden sein werden, 2025 vielleicht schon 8,5, dann 10 Milliarden, dann können wir uns ausrechnen, wie das bis zum Ende unseres Jahrhunderts weitergeht. Es ist ein Langzeitproblem und ein globales Problem. Das ist mir durchaus klar, dass man nicht national lösen kann und wie es gelöst wird. Ich vermute, dass sich doch in den nächsten 10, 20 Jahren einige aufgeklärte Regierungen doch dazu durchringen. Ich hatte bei Frankreich jetzt gehofft mit dem neuen jungen Präsidenten, aber von dort habe ich bislang keine Pläne gehört, dass man das Weltbevölkerungswachstum für eine politische Herausforderung hält. Also ich glaube, die hohe Intelligenz deiner Wahrnehmung ist, dass man das über 10, 20, 30, 40 Jahre betrachten muss. Also wenn man das jetzt, sich dessen jetzt nicht bewusst ist, wird man nichts ändern können, was 2050 passiert oder wie du sagst, Ende des 21. Jahrhunderts. Und ich glaube auch, dass es on the long run wird sich das durchsetzen. Es wird gar keine Alternative geben. Die Frage ist halt, wenn wir es früher erkennen, dann können wir das milder damit umgehen. Es klingt halt immer so unsexy, es klingt so wie Fruchtbarkeitseindämmung. Das klingt nicht, das klingt so antifreiheitlich, aber so ist es gar nicht gemeint. Die Freiheit ist ja schön, wenn wir ein Feld haben, auf dem wir uns entwickeln können, aber ich glaube, dass es dazu halt auch Rahmenbedingungen braucht und die müssen wir längerfristig ersichern können. Wenn es nicht Bodenschätze sind, dann ist es Intelligenz und Bildung, aber wir wollen alle gut leben auf diesem Planet miteinander und deshalb finde ich das, was du da entwickelt hast vor 30 Jahren und deine Arbeit wirklich unschätzbar wertvoll. Ich bin so froh, dass wir die Zeit gefunden haben, jetzt mal drüber zu sprechen und es sind jetzt schon eine Stunde und zehn Minuten, die wir darüber sprechen und ich habe jede Sekunde genossen und finde das sehr wertvoll und hoffe, dass es viele Menschen anschauen werden. Gut, Uwe, ich habe mich sehr gefreut, dass du diese Initiative ergriffen hast und finde auch, dass du mich mit deinen Fragen bisweilen in Gebiete gelockt hast, die mir nicht mehr ganz so präsent sind, aber ich freue mich, dass du mir auch die Gelegenheit gegeben hast, sie noch einmal in meine Gedanken auszubreiten, in der Hoffnung, dass der ein oder andere etwas mit ihnen anfangen kann. Also, lieber Hartmut, dir nochmal herzlichen Dank für das Gespräch und liebe Zuschauer, ich hoffe, dass es euch gefällt. Wenn ja, freue ich mich über Kommentare und auch Likes und in diesem Sinne wünsche ich uns in der Zukunft gutes Gelingen, ein gutes Miteinander und gute furchtbare weitere Gespräche. Also nochmal vielen Dank. Danke dir auch, Uwe. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020